Heute habt ihr gesehen, was passierte, als eine Fremde in den Palast kam. Sie stellte sich als böse und gefährlich heraus. Es ist kein Märchen, dass einige Fremde auch im wirklichen Leben sehr gefährlich sein können. Nehmt also niemals Essen oder Spielsachen oder Geld von Fremden an. Sprecht nicht einmal mit ihnen. Und egal, was sie auch sagen mögen, geht niemals mit ihnen mit. Es ist schon so viel passiert. Das Glückste ist, einfach wegzugehen oder wie ich einfach davon zu schweben.